Wo stecken wir jetzt den Stab rein? Das und vieles mehr sehen wir jetzt. Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast, Gabriel. Gabriel, du auch? Verrückt. So also hier, das sieht mir sehr verdächtig aus. Oh, was ist denn hier los? Ich muss ja wieder hier die... Der kommt nicht klar. Kommst du mit? So. Weil normalerweise hat Kiki... Shut up. Der Kiki hat normalerweise außergewöhnliche und einzigartige Sachen zum Essen. Ich habe jetzt in der Hand eine Vanille Waffel von Edeka. Das ist hier. Guten Appetit. Ich werde hier immer sehr gut behandeln. Ja, hier soll keiner hungern. Oh, das passt. Kein Platz. Hier vielleicht? Ah, vielleicht weiter unten. Könnte natürlich sein. Pieks. Die Kugel befindet sich in die Stab. Aber nichts passiert. Okay. Super. Ich gehe mal weiter. Puh. Wir haben ja noch weitere Optionen. Shit. Ach, nee. Wenigstens haben wir hier den Shortcut, ne? Müssen nicht ständig hier alle Varianten durchklicken. Pieks. Und? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Danke für nichts. Wir bedanken uns für Ihre Bemühungen. Bemühungen. Also, ich mache hier jetzt mal Schokolade auf. Eine Chocori. Von Motta. Aus Italien. Man weiß, dass das Geekes Show ist, weil sie kriegt ja das hochwertige Ding. Ja, natürlich. Hier für die Chefin. Du darfst aber gerne auch ein Stück davon. Ich weiß. Ich will mich nicht mal beschweren. Ich will jetzt einfach nur irgendein Kommentar dazu loswerden. Das hat so Puffreis da drin. Mit Schokolade halt. Ich meine, das dauert ja hier noch, ne? Aber sonst passiert da gar nicht, ne? Nö. Einfach ohne Kommentar. Hm. Ja, wahrscheinlich war das vielleicht in der, die man gar nicht rausziehen könnte. Ha. Aber nur mal sie, oder? Wäre möglich. Aber... Wer weiß. Wer weiß. Hm. Hm. Nö. Vielleicht müssen wir überall, äh, die Schalter anmachen. Damit meinst du? Hm. Gleich. Haben wir das bei dem einen aber leider wieder ausgeknipst. Weil ich da zweimal reingepiekt hab. Aber wir werden sehen. Oder man muss auf den Hauptweg, wo der Kopf war, noch was machen. Hm. Peaks. Hm. Peaks. Das macht so viel Spaß. Huch. Huch. Voll random. Das ist sehr, sehr random. In der Tat. Und dann... Ich denke positiv. Oh, oh. Oh, oh. Der nicht so. Ich habe das Gefühl, dass das verdammt ist. Ja. Oh! Ah! 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 Oh, nee. Okay. Das war nicht so gut. Ja, okay. Ähm. Neustart, ne? Ja. Ja, okay. Krass Neustart. Äh. Jetzt das Ganze nochmal. Gut, aber ich nehme an, das muss immer nicht hin. Also. Genau. Ich... Nicht alle Löcher nochmal. Ne, ich vermute mal, ich gehe jetzt hier noch so ein bisschen... Also hier könnte es gewesen sein, weil da ist so eine Skulptur, die vielleicht... Ach, warte mal. Es ist wieder dieses Fiepen. Okay, jetzt. Ähm. Ja. Ja, ja. Schon gut. So, und da muss ich mich wahrscheinlich, äh, verdrücken. Also. Und vielleicht eine Weitart in Höhe. Ja, vielleicht. Ich glaube hier. Nee. Da muss doch irgendwie... Also da war doch eine Skulptur, die... Hier vielleicht. Weißt du, die muss ja dann zum Leben... Ja. Ja. Ach so, aber ich glaube, die gibt es überall. Ja, aber nicht in der Form. Hm. Oder vielleicht kam die aus dem Boden. Ja, hier vielleicht. Ja, hier vielleicht. Stimmt, der hockt da so. So verdächtig. Was ich jetzt versuchen kann, ist das so umzugehen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sobald ich kann, würde ich sagen. Oh, oh. Oh, oh. Aber ich glaube, wir nähen uns das Ende, weil solche Spiele sind so... Ich meinte eher hoch. Ah! Ah, ein bisschen in andere Richtung. Ah! Dann rechts. Ah! Okay, das fand ich gut. Okay, dann muss ich da durch irgendwie, ne? Mhm. Mhm. Ja, gut dann. Ja. Ich weiß, was willst du sonst machen? Ich stimme zu. Ihre Hypothese, Frau Doktor. Haha, Frau Doktor Kiki. Es ist ein Lahm, ey. Aber vielleicht können wir da hingehen und da speichern. Ja, das wäre natürlich ziemlich gut. Dann bräuchten wir nicht immer so viel Laufarbeit leisten hier. Also hier war es nicht und hier war es auch nicht. Boah, Fiep! Ähm. Ne, ein weiter, glaube ich, war es. Ja, hier. Dann nehmen wir hier... Ach so. Hehe. Dann speichern wir, ja? Und sehen wir uns? Nein. Nein, nein. So, dann ersetzen wir das, weil wir sind ja jetzt, also ich meine... Weißt du? So. Aus Gründen. Aus Gründen. Ja, wir haben keine Speicherplätze mehr frei. Okay. Und wir haben ja jetzt auch nicht so den Wahnsinnsfortschritt hier erzählt. Ja, ich würde hoch zu dem Feuer und dann links. Okay. Weißt du, weil der ist irgendwie hier unten. Ja, ja. Okay. Ja, und dann kommt ein Rumpeln und dann sagt er so und dann sagt er oh oh. Und dann äh... Ja, genau. Ja, geh doch schneller! Ah! 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 Geh, 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 geh! Oh, was? Was für ein Scheiß! Na gut. Hahaha. Da lacht er. Gut, aber einen haben wir ja entkommen. Ja. Und jetzt das Fiepsen wieder wegmachen. Und dann wieder den Stab. Boah, das kann jetzt eine Weile dauern noch, ne? Es sind ja nur zwölf Räume. Ach joa. Oh, müssen wir die alle durch? Ich weiß nicht. Also es musste... Oder? Ja, von... Ja, es sind ja zwölf Räume. Ja, jetzt nur noch elf dann. Ah, siehst du. Das muss ja positiv sein. Ah! 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 Das ist so scheiße. Sollen wir das mal probieren? Ja, bitte. Ich bin da nicht gut drin in so Action-Sachen. Wie wechselt man... Mit Rechtsklick wechselst du auf Schuh. Ja, natürlich können wir das nochmal versuchen. Gable, alles was du willst. Dann wechseln wir das auf Schuh. Ja. Ja, ja. Hey, du musst ja erstmal den Stab benutzen. Ähm... Aufregend. Dann kannst du erstmal lange nix machen. Oh. 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 Der spaziert da aber sehr gemütlich. Oh. Ah, ich hätte... Okay. Nom, nom, nom. So. Nimm mal dran denken, die Musik. Ah. Genau. Einmal da drauf. Das war's schon. Das war's schon. Ah. Ah. Gut, aber den ersten schaffen wir ja auch jedes Mal. Ja, das ist super. Das, äh... Das, äh... Wir müssen jetzt nur noch am zweiten vorbei. Und am dritten, und am vierten, und am fünften, und am sechsten, und am siebten. Ach. Heilige Scheiße. Ah, das ist wahrscheinlich eine... eine Lernsache. Ah. Könnte sein. Oh nein. Äh. Ah. Ah, der bleibt da. Na. Das ist ja super. Okay, die sind wirklich langsam. Oh, ne. Oh, ne. Ah. Ah. Hä? Hä? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ui. Boah, das war knapp. Ui. Schiert. Oh, hallo. Onkel Wolfgang. Ah. Gabriel Knight. Ja, ja. Äh. Äh. Du kannst nix machen gerade. Lass Onkel Wolfgang das regeln. Ja, genau. Es ist alles unter Kontrolle. Ah, hier reinstecken. Ah, okay, ja. Oh. Dann. Ja, so wie jeder andere Tür hat. Ja, super. Sehr gut, Gabriel. Jetzt steck' nach unten. Jetzt steck' nach unten. Sehr gut, Gabriel. Der Wolfgang. Ja, man, er kennt's an der Haarstruktur, dass es sich um... Okay. What? Der ist aber noch flink für sein Alter, würde ich sagen. Äh. Okay. Okay. Easy. Total. Uh. Oh, dem geht's aber nicht so. Äh. 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 I'm fine, Gabriel. The Veal. You dreamt it? Yeah, and you? Welche Dreischlange? Äh, keine Ahnung. Ach, Onkel Wolfgang. Ja, ist besser, ne? Onkel Wolfgang. Ich mach das hier wieder, ne? Ja. Gut. Ach, Onkel Wolfgang. Kannst du mir noch ein paar letzte Worte sagen? Ja. Können wir zuerst? Wir haben wahrscheinlich ein bisschen Zeit hier. Ja, okay. Puh, puh, alles. Erzähl mir was. Was kannst du mir erzählen, Voodoo? Es klingt, als ob du viel gelernt hast, während deiner Investigation in New Orleans. Vielleicht wirst du mich in, wenn wir eine Chance haben, zu sitzen und zu sitzen. Ach, der lebt noch ein bisschen. Okay. Gut. Was wirst du über die Voodoo-Mörder? Ich weiß nur, was du mir sagst. Sie seien sehr ähnlich als die Kötungen in Gunters Journal. Mhm. Was kannst du mir über Norley erzählen? Ich weiß nicht genug, um dir etwas Tipps zu geben, aber bemerkbar, wenn du zurückkommst, wenn du zurückkommst. Ah, okay. Wirst du nichts über Snakes? Ich habe nicht studiert das Objekt. Ich habe einen intensiven Dyslike für sie. Ich warte eigentlich das da drunter. Nein. Das. Was kannst du mir über St. John's Eve? I'm afraid I've never heard of you. Do you know anything more about Capri Sancor? I know only what you've told me, that it refers to human sacrifice. Mhm. Do you know anything about Marie Laveau? No, I'm afraid not. Any ideas on where the Gedi-Hound falls in New Orleans, my dear? Leider nicht. You will find it when you return to New Orleans. You must not go in alone, Zoe. Even if we find the talisman, it will be quite a battle. Mhm. Mhm. Tell me more about animal masks. I've already given you what limited knowledge I have on the subject. Bebe. Do you know anything else about Bebes? I've already given you what limited- Okay. Dambala. Do you know anything more about Dambala? No, my knowledge of the law is fairly limited. Ogun Badagri. Do you know anything else about Ogun Badagri? I'm afraid I can't tell you anymore about that. So, jetzt. Ah, zu ausführlich. You have started, I can see in your eyes. You must trust yourself and be true to your inner voice. The good voice, Gabriel. You know it when you hear it. Do you know anything about Radha-Drams? I don't know anything that could help you with that code, Gabriel. Tell me about it. Das wirst du ja wohl noch wissen. This is not the time nor the place, Gabriel. I'm sorry, but I assure you, my life has not been all that instructive. Och nö, ich hab nur gegen Zombies gekämpft und so. Vor allem, wo war der jetzt hier? Tetelo. Ah, er hat vorher gestartet. Mmh. In der Hölle. Mmh. Ja, okay. Talisman. Ah, okay. Do you think Tetelo's remains are here? I have a feeling that they are, Gabriel. Ah, stimmt. Deswegen sind wir da. Ach. Ist sie das? Frag die mal. A mummy lies on the floor. Apparently haven't fallen inanimate where it stood. When the secret passage door closed. I did. Mhm. Die Funktionen dieser Kreatur, okay. There's no reason to do that with the mummy. Äh, was denn genau? Na gut. Gehen wir jetzt hier weiter? Oder, oder? Ach, was? Ich glaube, du kommst von da. Jaja, ich guck, ich guck nur so. The inner wheel is decorated with masked murals. Similar to the ones that hit the secret passageway door. Mhm. Ja gut, also, ähm, dann. Weiß ja jetzt nicht, wo wir so hingehen, aber. Unkel Wolfgang, kommst du mit? Oder? Ah. Oh. Äh. Huch. Was ist das? Was kann es? Was ist das? Uh-huh. Uh-huh. The table's lid fits heavily on the base. At the seams, there are two large holes on either side. Mhm. On top of the lid is a trough. What's that trough for? I saw that. This is undoubtedly a sacrificial table, that trough is for a human heart. Eww, that's sick. Oh, that's sick. Human heart. Was machen wir jetzt damit? Das ist irgendwie so intens. Aber ich glaube, in den Löchern müssen da diese Stucke da oben. Diese Stucke da oben. Welche Stucke? Welche Löcher? Also, der hat gesagt, auf den Tisch sind zwei Löcher. Hier? Ja. Hat der gesagt. Okay. Okay. Das kann ich nicht nehmen, oder was? Ja, die möchte ich doch gerne nehmen. Oh, ja. Jetzt nimmt er die. Ach so, erst gucken, dann nehmen. Okay. Ja gut, so funktioniert auch die Welt auch, ne? Ja gut, ich meine. Ah, jetzt muss ich noch was zur zweiten machen. Ja. Ja, gut. Ich meine. Ah, die scheinen aber sehr schwer zu sein. Ja, vielleicht. Jo. Wolfgang, wo gehst du hin? Genau. Du musst, ich glaube, das Klicke, das... Ah, die Pixel, die Pixel. Das gelbe. Onkel Wolfgang. Ist deine Maus, weißt du? Ja, ja. Ach so, ja, der gelbe Punkt. Genau, Onkel Wolfgang, wo gehst du hin? Und dann schleppt er sich wieder. Ach ja, die zweite auch noch. Ja. So, und nun? Jetzt geht der wieder. Pause machen. Pause machen. Okay. Und jetzt haben wir das gemacht. Und jetzt brauchen wir noch ein menschliches Herz. Onkel Wolfgang, komm mal her. Nein. Glaube ich nicht, dass das das Ziel ist. Gehen wir hier weiter? Irgendwohin? Nein. Woanders. Ich muss was mit dem Tisch machen, vielleicht. Ah, ah, oh, okay. Okay, ich hätte drehen oder so gedacht, aber nicht. Oh, okay, Wolfgang, ey, der denkt, man, jetzt muss ich schon wieder... Aber der hat einen coolen Mantel, äh, so ein... Huch. Yes, it is in there. I have not felt this powerful since, well, ever. Why won't the damn lid come off? It is a sacrificial table. It can probably only be triggered by the proper use of that trough there. With a heart. Oh, great. Hey, where are we gonna get a heart? Tja. Gabriel, you must take the Talisman and be Schattenjäger. You perform the ritual and dream through the Dragon, no? Ja, aber... Yes, I did. But you're the current Schattenjäger. I only did that because... Because you were driven to it. I have done nothing with this title for many years. Even in my prime, I had few cases. Warum zappelt der so? Sehr glatt. Ja, eben. Na gut. Okay. Gehen wir halt. Schnippeln so ein bisschen an der Mumierung. Wir haben ja dieses wunderbare diesen Dolch aus Schloss Ritter mitgehen lassen. Wie sind wir damit geflogen? Ja, richtig. Das war noch vor 9-Eleven. Wo man mit Schwerter flinkelt. Ja, vielleicht. Oh. I. Hmph. Hä? What? Hä? I. Bäh. Pfui. Was? Nein! Ach, der Onkel Wolfgang. Oh, nee. Deswegen hat er uns weggeschickt. Oh, nein. Äh. Ach Gott. Onkel Wolfgang hat sich geopfert. Bing, 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 bing. Ja. Hätte man später einblenden können. Ah, jetzt. Jetzt telefonieren die. Wir haben das Bild wieder. Stimmt. Huch. Gemeldet uns, dass Vater es wieder da lebt. Ja, das haben wir eigentlich verkauft für ein paar Kröten. Tag 10. Tief unter der Erde war ich bereits im Kampf und dachte nicht an Sieg. Auf einen Schlag zerstört. Wer schuldlos und wer niederträchtig war, so mag es gewesen sein. Zitat Gabriel Knight. Also, ich weiß nicht, ob er Flug von Afrika nach. Gabriel returns to New Orleans. He carries with him the Ritter Talisman. He has not heard from Grace for over 24 hours. And he has not reached Malia by phone. Ah, die Frauen wieder. Und although he has some idea of what he is coming home to attempt, he still has no clue where to attempt it. Tja. Und da ist sie. What? Ein Park? Mhm. Äh. Tja, okay. Dann, äh. Auf zum Park. Ich hab keine Ahnung. Der hat aus dem Fenster diesen verdächtigen Park sich angeguckt. Oh, wir haben immer noch das Messer in der Hand. Wir suchen Anwalt. Ja. Äh. Okay. Was gibt's denn hier? Hier gibt's Musikanten. Aber, was sonst? Irgendwas Spannendes? Ah, die tanzen so fröhlich. Oder meint er die Kirche? Ach, der meint vielleicht die Kirche? Ich mein, hier im Park ist ja nix, ne? Aber an den Park rennt die Kirche. Ja, hier ist nix. Aber hier oben ging's ja zur Kirche, wo halt auch der, wie hieß der, Cash? Der Crash gestorben. Crash. So. Crash ist gecrasht in dieser Kirche. Aber du hast auch nicht, ähm. Grace ist verschwunden. Wieso gehen wir nicht nach Hause? Ja, aber der hat, ja, okay. Äh, das, ja. Das ist ja verdächtig für die Polizei. Okay. Ja, aber, weißt du, er kommt, angeflogen und guckt aus dem Fenster und sieht den Park und, ah, da muss ich irgendwas jetzt tun. Ja, aber deswegen hab ich gedacht. Ne, ne, also es kann auch. Wir können ja später nochmal wiederkommen. Ja. Dann gehen wir halt erst nach Hause. Ich sag mal so, ich weiß noch nicht, was man machen muss, aber wenn ich seit zwei Tagen... Ja, 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 lächerlich. So. Was haben sie gemacht? Ich bin in den Park spazieren gegangen. Sie ist nicht zu Hause. Grace! Oh nein. Ui. Irgendwas hier. Mhm. Oh, eine Nachricht. Nimm die doch. Ach. Oh. 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 Äh. Ähm. Tattalo knows you have the Talisman. Your life is worth nothing, my love. I fight to save you, but she controls things far more than you. Aha. She has taken place. Return the Talisman and leave New Orleans forever. Äh. If you don't, I can't help you. Please. I can't bear to see you down. Ah. Please believe me. I love you. Malia. Mhm. Äh. What? Oh, what is that? Who's there? Oh, oh. Oh, nun? I have the Talisman. Hey, come, putty putty putty. Äh, what? Ach, Mosley. Hä? Don't come near me. You're dead. What? Oh. When I heard someone coming, I broke the light and got in the drawer. Ah. Sorry I brained you, but I thought you were one of them. Christ, you about to kill me. I said I was sorry. Besides, I owed you one for stealing my bag. Mm-hmm. It makes you feel any better. I lost my life. Eh, you're a... Hey, y'all. You're a... Ooh, I guess you're right. We are, you. Hahahaha. Like I said. Anyway, we shouldn't stand out here and dab. Someone on the street might see us. Let's go in back and talk. Do 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 do. Aha. So. Okay. Let's talk. Now let's talk. Do you know anything about it? Do you know where it is? I have an idea. Well great. Let's talk about it when we make our plan. Ach so. Nim 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 nim. Oh, erstmal hier Grace. What should we do about Grace? Mm-hmm. Them voodoo people have taken her, the goddamn bastard. We have to find her and save her and we can't count on the police department for any help. Hm. Natürlich. Klar. Let's make a plan. What do you think we should do? We need to find the headquarters of the Getty cartel. Rescue Grace and dig up some concrete evidence so that I can take this straight to the FBI. Mm-hmm. Sounds easy. Mm-hmm. Do you have any idea where their headquarters might be? A house. Mm-hmm. Well, you do seem to have a knack for sniffing out this booze and stuff. Why don't you see if you can locate it for sure? Meanwhile, I've got some things I've got to do. I'll meet you there later. How will you find it? Damn, that's right. Woman. Only I had the tracker from my office. Mm-hmm. Really? Good going. You give it to me and leave a signal device at the entrance to the headquarters. Mm-hmm. All right. And then... Erzähl mir... Alles. So, fill me in on what you've been doing for the past five days. I've been getting smart, that's what. They got me running, I'll admit. But the day a bunch of drum-banging, mumbo-jumbo-chanting-magicians can catch old Lightfoot Mosley is the day I die. Can't argue with that, Luster. Now, these guys have it wired, I tell you. From the mayor to a couple of major judges, right down to the beat cops. The Geddes are untouchable from that area. But once I really started digging, it was like I could see clearly, these guys are into everything that happens in this city. And most people are scared shitless of them. Or they don't know about them at all. Okay. Jetzt erzählen wir alles. Let me fill you in on what I've learned in the past five days. Okay, have at it. Well, Malia Getty is the head of the cartel. Dr. John is her right-hand man. I learned that much. You sure know how to pick them, Knight. Uh-huh. Uh-huh. She's not really responsible, though. Uh-huh. Because during these ceremonies, she's ridden by the spirit of her ancestor, Teddalo. You don't say that. It's true. Anyway, I have something, a talisman, that I can use against them. It'll help, but they probably still have a power source somewhere in their Hound-Fool. Also, this whole thing kind of ties in with my nightmare scene and my family history. My family does this shadow hunting thing. And about three hundred years ago. Look, don't confuse me, okay? You worry about all that metaphysical stuff, and I'll just try and catch the bad guy. Yeah, you'd never believe me anyway. Na gut. Okay. Gut. Yeah. Dann frage ich mich aber, wird unser Plan funktionieren? Das und zwei Dinge noch dazu erfahren wir in der nächsten Folge.